So, jetzt die Biböller von Funke. Sehr, sehr edel. Boah, stark oder? Funke B-Böllerkreis. So, jetzt die Böller, Funke, etwas ältere Recherche. Kube. Ja. Funke D. Boah, der schnipselt. Noch einen. Ordentlich. Funke D wieder. Zweimal. Boah, der. So, was gibt's jetzt? Funke Spezialperat. Ja. Schau mal auf. Ja, richtig stark. Pyromax Fander D wieder. Fander D. Böllerkreis. Funke Simanko. Zippel, Pyrot. Pyrot C. Fander D. Fander D. Böllerkreis. Ab geht's. Der Herr. Und Geräusch. So, jetzt gibt's Red Widow von Luipas. Schauen wir mal, wie diese sind. Hab ich noch nie gezündet. Der Johannes zündet an. Johannes kann das. Das ist wirklich gut. Boah, sehr sehr stark. Cobra P1. Cobra P1. Ab geht's. So jetzt Zanzara von Buffalo, es sind so zwei kleine, drei kleine werde ich machen. Jetzt sind sie sauber, zwei Stück noch. Ja, hey! Also Wendner! So Elias, was machen wir? Smog gefunden. Von Jorge, vom Kanal. Detonation, Führerland. Stark! So Elias, mein Freund, was haben wir? Kanonenkläger vom Komet. Sehr gut. Sonderpreis. Ja, reiß einmal auf die Hütten. Ja, und den Brenner hat er auch. Die Verarbeitung? Naja, zu öfter soll ich. Okay. Da hat er. Ja. Stark. Der drückt, ja. War nicht noch mal so schlecht. Ja, die sind wirklich stark. Rotter Corsair Fire Empt, alt bekannt. Da. Boah. Die vom Komet. Oder Funke, Funke, Funke. Boah. Scheidstör. Feuillend, roter Kausau noch mal. Roter Kausau. So Elias, was haben wir da? Die Knallkirchen von der Abalonset. Oha. Schauen wir mal wie die so ist. Ich bin angehebt. Elias steht da oben. Oh, dann kommen schon die Toner da raus. Ja. Gut, schlecht. Und noch... Bifresche. Drei Schlag. Pento, Kreis. So, Johannes, was gibt's da? Du weißt wieder auf. So, Lippert. Stopp. Boah. Faszination dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch. Eiskalte Luft. Schwarzpulver. Duft. Gänsehaut. Silvester Feeling legendär. Silvester Feeling legendär. Faszination dieses Gefühl, dieses Kribbeln im Bauch. Eiskalte Luft. Schwarzpulver. Duft Gänsehaut, Silvester Feeling Legendär Silvester Feeling Legendär